Achso, eine schöne Frage, gibt es denn auch Menschen von außerhalb des schwäbischen Sprachraums an den Bildschirmen draußen? Vermutlich, ja. Ah ja, doch, es sind sich ein paar gemeldet. Das wird ja weltweit gestriemt. Weltweit, ja klar, natürlich, da gibt es das, da muss man es auch natürlich auf Hochdeutsch sagen. Also, ich habe gesagt, der eine hat nicht gut da, also der war nicht hebig. Äh, nein, Moment, 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 also der wollte sich nicht in die Gemeinschaft einfügen, das ist das Hochdeutsche. Und dann hat man gesagt, was macht man mit dem Kerle? Einer ist auf die Idee gekommen, man tut ihn in ein Kloster. Aber, und gleich gesagt, nicht ganz so nah da, weil sonst kommt der Elson nicht wieder heim und frisst uns den Teller leer. Und dann ist man noch mit dem B10 in Richtung Badischem und kurz vor der Badischen Grenze, Gesell hinten, rechts drin, ist man fündig worden, in diesem herrlichen Zisterzienserkloster, Maulbronn. Ja, und da ist der Buh nachkommen als Laienmönch in die Küche und dann kam die Fastenzeit. Und dann hat der Buh mit dem ersten frischen Grün aus dem Garten, mit ein paar alten Wecken, mit Euer, das Fleisch so verhackstückt und zum Teig verschafft, dass man es da schon schier nicht erkannt hat und dann noch züchtig mit dem Nudelteig umhüllt und hat sie erfunden, die Maulbronner Nudeltasche. Also ich liebe die Maultasche und ich liebe auch meine Frau. Und dann habe ich gedacht, schreibst du mal ein Liebeslied an die Maultasche und bin ja Schwab und habe es angenehm mit dem Nützlichen verbunden und habe ein Liebeslied an die Maultasche und an meine Frau geschrieben und es heißt so wie das ganze Programm, ich möchte so gern ein Maultasch sein. Ich möchte so gern ein Maultasche sein, du wärst du und du wickelst mich ein. Ich wäre dein Bräuter Nudelteig, du tätst mich knederlang und breit. Mit deinen schönen Fingern, da tätst du mit Algen und Drucken und Knudeln und hin und her walgen. Ich möchte so gern ein Maultasche sein, du wärst du und du wickelst mich ein. Und bloß du tätst mich innerstes Kennen und dir an mir dein süßes Geschleff verbrennen. Mit deinen Händen tätst du mich ein Füllung kneder. Du gebst mir Würze und Geschmack am Leben. Ich möchte so gern ein Maultasch sein. Gib den Bräutel-Düb-Düb-Düb-Düb-Düb-Düb-Düb-Harrry. Ohjeje. Ganz genau. Harry, das läuft mir nah wie ein Fleischbrief, mach's nochmal, komm. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich möcht so gerne mal das sein, und du, du wirst mir in das Wasser rein. In dein Geschleck tätsch du mich stecken, mit deiner Zong an mir rumschlägen, mit deiner volle Liebe. In dein Geschleck tätsch du ein anderes Auge, mit deiner Flies auf deiner Zong, ja, das tätsch du mir taugen. Ich möcht so gerne mal das, ich möcht so gerne mal das. Wander da im Licht, so gerne dein Maultasch sei.